In der Physik bezeichnet Aktion ein hypothetisches Elementarteilchen, das in der Quantenchromodynamik postuliert werden kann, um das Problem der elektrischen Neutralität des Neutrons zu beheben. Dieses starke CP-Problem ergibt sich daraus, dass es gemäß einem speziellen Vakuumterm zu Quantenfluktuationen der elektrischen Felder des Neutrons kommen kann. Dadurch müsste ein elektrisches Dipolmoment von dn10-16e cm existieren, stattdessen wurde selbst bei dn10-25e cm noch keines gemessen. Theoretischer Hintergrund Im Gegensatz zur schwachen Wechselwirkung sind bei der starken Wechselwirkung die diskreten Symmetrien c, p und t ungebrochen. Eine Konsequenz ist das verschwindende elektrische Dipolmoment des Neutrons. Insbesondere ist damit auch die Kombination CP eine ungebrochene Symmetrie, obwohl die Quantenchromodynamik einen CP-verletzenden Anteil in der Wirkung enthält. Dies ist als starkes CP-Problem bekannt. Eine Lösung bietet die Pekai-Quinn-Weinberg-Wiltscheck-Theorie um den Preis eines neuen, leichten, schwach wechselwirkenden Teilchens, das Frank-Wiltscheck nach dem amerikanischen Waschmittel-Aktion benannte. Es gibt zum einen das Modell des stärker wechselwirkenden KSVZ-Aktions und zum anderen das des weniger stark wechselwirkenden DFSZ-Aktions. Kandidat für dunkle Materie Aktionen werden, neben den Neutrinos und den ebenfalls nur postulierten WIMPS und Matchons, als mögliche Kandidaten zur Lösung des Problems der dunklen Materie gehandelt. Nachweisexperimente Diverse Experimente versuchen mit verschiedenen Methoden Aktionen nachzuweisen. Bislang konnten keine Aktionen gefunden werden. Bei den Laborexperimenten handelt es sich um Licht-durch-die-Wand-Experimente, bei denen ein Laserstrahl ein Magnetfeld passiert und danach durch eine Wand blockiert wird. Auf der anderen Seite der Wand befindet sich ein auf dem Strahl senkrecht stehendes Magnetfeld gleicher Stärke und am Ende dieses Feldes ein auf die Laserquanten kalibrierter Detektor. Der Trick besteht darin, dass durch den Primakoff-Effekt mit Hilfe eines virtuellen Photons durch den Magneten vor der Wand ein Aktion entstehen soll. Das auf der anderen Seite der Wand durch den umgekehrten Effekt wieder in ein Lichtquant übergeht. Das ankommende Licht interagiert mit dem Magnetfeld und fluktuiert in eine andere Form, die sich durch die Wand hindurch ausbreiten kann. Hinter der Wand treten erneut Fluktuationen des neuen Zustands zurück zum ursprünglichen Charakter auf. Teile der Photonen könnten also die Wand umgehen, sodass diese detektierbar wären. Ein Nachweis der Photonen hinter der Wand würde das kurzzeitige Vorhandensein des Lichts in Form von Aktionen belegen. Veränderungen an den Feldern wirken sich auf die detektierte Lichtmenge aus. Dies würde Rückschlüsse auf die Details der Aktion Umwandlung zu lassen. Helioskope suchen nach Aktionen, die im Sonneninnern entstehen könnten. Innerhalb eines elektrischen Feldes ist die Aktion Photonkopplung koherent, falls die Brack-Gleichung erfüllt ist. Bekannte Experimente sind SOL-Likes, Cosme und EAMA. Bei den Primakoff-Teleskopen wird durch Nutzung des Primakoff-Effekts nach Aktionen gesucht. Durch den Primakoff-Effekt würde ein Aktion in einem äußeren Magnetfeld, ZB, bei Cast im Feld eines LHC-Prototyp-Magneten mit 9-Tesla-Stärke in ein Photon mit Energien im KEV-Bereich umgewandelt. Dieses kann dann in Teilchendetektoren wie einer CCD nachgewiesen werden. Hierbei würde das Aktion durch resonante Anregung eines Atomkernes nachgewiesen, ähnlich wie die Anregung durch Photonen beim Möspower-Effekt. Eine erste Generation des Experiments ist im Aufbau. Helioskope suchen nach etwaigen Aktionen aus dem Halo der Milchstraße. Bei der US-Large-Scale-Aktion Search handelt es sich um eine Kollaboration. Beteiligt sind das Lorenz-Livermont National Laboratory, das Massachusetts Institute of Technology, die University of Florida, das Lorenz-Berkeley National Laboratory, das FAMI-National Accelerator Laboratory, die University of Chicago und das Vereinigte Institut für Kernforschung, Moskau. Das Experiment ist am Lorenz-Livermont National Laboratory aufgebaut. Bei seinem Bau wurden Erfahrungen aus den beiden vorherigen Experimenten, dem University of Florida Experiment und dem Rochester-Familie-Bruckhafen Experiment berücksichtigt. Die Ziele des Experiments sind die Güte des Experiments so weit zu steigern, dass sich KSVZ-Aktionen aus unserem Halo nachweisen lassen und den Massenbereich von 1,3 µEv c² kleiner als mal kleiner als 13 µEv c² komplett zu durchsuchen. Der SADMX-Experiment benutzt einen sogenannten SIKI-V-Detektor. Hierbei wird über den Primakoff-Effekt ein Aktion innerhalb eines statischen Magnetfeldes erzeugt. Die erzielbare Wellenlänge des Photons wird dabei durch die Resonanzfrequenz dh, die Größe des Behälters begrenzt. Der verwendete Zylinder ist 1 m lang und hat einen Durchmesser von 0,5 m. Das durch einen superleitenden Solenoid zur Verfügung gestellte Magnetvolumen beträgt B02V kleiner als FT2M3.